Die Inventur ergab zum Stande 31.12.2022, dass wir 270 Arten haben, in 1100 ungefähr Individuen. Heute haben wir das Koala-Weimchen Erin gewogen mit einem Gewicht von knapp 6,5 Kilo. Und die beiden Kugelgürtetiere, die Mutter mit dem Jungtier, das Jungtier haben wir jetzt erfahren, ist ein männliches Tier, es hat sich geöffnet, hat einen Umfang von 24 Zentimeter und die Mutter von 42 Zentimeter. Nun war das abgelaufene Jahr ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben 750.000 Gäste gehabt, wir hatten mal mit 650.000 errechnet. Also die Dresdner halten uns die Treue. Und wir freuen uns auf ein neues, normales, gesundes und erfolgreiches 2023, wo wir wieder Gast geben zusammen und möglichst viele Dresdner hier, die uns begrüßen wollen.